Juppie, wir haben diesmal Musik dabei, ich hoffe die kann man hören, dass man mich hören kann, hoffe ich auch, und wir zocken weiter, ich hab vor umzuziehen, deshalb verziehen wir uns, du, 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 das Bett nehmen wir mit, ähm, ja gut, das ist jetzt doof mit den Kisten, es sei denn, die Items bleiben da drin, das wäre mega einbar, glaube ich aber irgendwie nicht, und, ach scheiße, Das war dumm wie Toast, aber, okay, da haben wir die Box an sich, ähm, Weintrain, wir gehen einfach mal weiter, kann man denn Feuer machen, ich hab ne Idee was wir machen, wir fackeln den Kram hier ab, hehehe, Gut, ich weiß, dass es keine Lava ist, aber wir holen eben Lava, dann fackeln wir unser Haus ab, ist zwar eine Menge Arbeit und so drin, aber, keine Ahnung, es ist Sonntag, und ich wollte mal wieder ein bisschen Minecraft aufnehmen, ähm, so, 8 Minuten habe ich noch, 2 bis 35, darf ich aufnehmen, dann ist der Part voll, Wieso lecken das so, sag mal, Leggy Power, Uts, wo ich hinziehen werde, hab ich keine Ahnung, wahrscheinlich da hinten irgendwo, weil das da war so imbar da, da war so imbar, ähm, ich hab übrigens eure, äh, Ratschläge angenommen, mehr oder weniger, ich hab sie gelesen halt, Und ich weiß jetzt, dass zum Beispiel, das Bett an der Wand, äh, äh, eines Hauses, das es trotzdem Zombies durchlässt, und das wusste ich bis jetzt nicht. Oh, 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 Mit F kann man das vollängern, ne? So sieht's doch schon viel besser aus. wieso kann ich die Lava nicht hier wegnehmen ich nehme mal einen Platz raus ne da brauche ich noch eine Fackel, kann ich weg wieso funktioniert das nicht, wieso kann ich denn die Lava nicht rausnehmen muss das flach sein oder wie, und wie soll es hier ein Holzding ist meine Maus kaputt ne, also rechtsklick funktioniert auch noch übrigens die Musik ist nicht copyright geschützt, die gehört nämlich mein Kumpel Niklas, ist auf meinem Kanal verlinkt The Fantastic Beats, ich weiß jetzt aber nicht wie ich die Lava nicht nehmen kann, ah vielleicht ist der Block da ich brenne das ist schlecht Aua 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 wenn ihr mal so klasse klassische Musik hören wollt könnt ihr bei Gronkh vorbeischauen ich mache eher was moderneres ich hoffe die Musik ist nicht zu laut muss ich mir gleich mal angucken aber erstmal versuche ich jetzt die Lava da wegzunehmen meine Rüstung ist weg scheiße du hast ein weißes Gesicht man muss hier echt aufpassen muss ich hier mal die Funken springen hoch so kann ich keine Lava nehmen oder geht das nicht mehr ich habe keinen Plan dann muss ich irgendwie Flint Stein machen ging doch mit Flint und Stone ach kein Plan wie das genau funktioniert hat dann werde ich es mal eben googeln sorry aber wir gucken mal eben wiki deutsch danke Hauptseite ich trink mal mit schluck ich hab Kopf weh creative survival adventure capturing die 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 Flintstone a die 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 uh die Gehen wir doch erstmal wieder nach Hause Mehr oder weniger Hause Okay, ich wollte umziehen, ey Und jetzt muss ich nochmal da pennen und dann weg Ich meine, das Holz lässt sich schnell nachfahren Da können uns auch schnell neue Äxte und Waffen bauen Aber das ist trotzdem doof Weil ich da keinen Bock mehr hab zu wohnen Das war cool da, aber ich hab keinen Bock Deshalb gehen wir jetzt weg Aber erstmal pennen wir da Wo ist in meinem Bett? Kacke Jetzt wird's hoffentlich nach oben Jetzt wird's voll No Die will ich mir hier Was kann man denn nämlich Boot machen mit einer Craftingbox? Abel haben wir nicht, okay Bett ist auch weg, oder? Wieso hab ich das abgebaut, Mann? So ne Kacke Wie bauen wir sich denn nochmal ein Bett? Wolle Holz ist Wolle 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 Beides Wolle O Wo Wolle 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 L Jo Wolle das ist schön, das ist cool Moment mal So Jetzt sieben wir wollen und fackeln unser Hab und Gut ab Unsere Samen nehmen wir witzig, ich will immer noch Bauer sein, Bauerfischer Oho Ich brauche ein Schwert Ja Danke Masterkiller So, dann packen wir den Kram mal ab Brenne Oho Können wir nicht abfüllen? Ach du Scheiße ey Die Leitern hätte ich eventuell mal abbauen müssen Na, schöner Anblick Der Baum verbrennt auch total Ach du Scheiße Oh, die Leitern sind ausbauen Cool Dann schmeißen wir mal den Fisch weg Fällt gleich das Wasser einfach so runter oder wie? Das wäre ja super im wahr Haha Geil Und unser Haus fackelt einfach weg Okay, unsere Craftingbox ist auch weggebrannt Das Glas schlägt nur noch in der Luft Hier ist sie doch Nein, Baum Nein, Baum Oh Gott, bin ich bescheuert Lasset mich eben etwas Schauen Fast ist besser Solltet ihr auch aufnehmen Nehmt lieber fast auf Ihr habt weniger Größe an Video Größe Und Habt einen schnelleren Spielverlauf So, aber jetzt habe ich erst einmal Bock mir eine neue Unterkunft zu bauen Und überhaupt erstmal einen Weg dahin zu finden Hier hinten hatte ich doch irgendwo was Hier hinten hatte ich doch irgendwo was Was sehr schön war Und mir gut gefiel Aber wo? Da hinten? Er ist zu weit weg Hier, gucken wir mal hier oben Was ist das denn für eine Konstruktion? Ich hab' alle egal Ein bisschen ein Creeper explodiert Da haben wir jetzt schlecht Unser alter Habe Ist nur noch eine Ruine Hier oben werde ich mich aufbauen Und dann richtig schöne Eisenbahnen hier unterbauen Obwohl Lieber nicht Das ist doch viel geiler Ich will doch nicht hier hin Das coole ist einfach ein Minecraft Man kann seine Meinung ändern Ohne Dass irgendwas Schlimmes passiert Man muss halt nur seine Zeug mitnehmen Und gut ist Was ist denn da hinten? Ist das der Berg wo die Lava war? Oder Lava war? Aua! Hm? 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 Keimgang? Okay Ich kenn meine Map echt gar nicht Baumhaus wäre auch nicht schlecht Wunder 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 Oh, hier ist Wüste. Wo soll ich bauen, Mann? Ähm, zu viele Möglichkeiten landen, ist unser Haus. Ja, irgendwo muss ich mich hier aufbauen. Ich geh einfach zum Strand und baue mich da auf. Oh, ich nehm schon wieder viel zu lange auf. Dann mach ich hier den Schnitt und im nächsten Part gehen wir zum Strand und bauen uns da ein bisschen auf. Oldab, bis ruhig. Ciao. Bis zum nächsten Mal.